Meistens, die unattraktivsten Frauen möchten für die große Masse sprechen, überhaupt. Das finde ich als Mann. Als Mann. Ich bin Berliner. Wir sagen, was will denn die Juryke mitnehmen? Die anderen alle, die so richtig klasse aussehen, die finden doch ihren Mann, die sind doch zufrieden. Wir haben seit Adam und Eva, haben wir doch guten. Das ist unrecht. Das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, dass Frauen in unserer Gesellschaft nur anerkannt werden, wenn sie hübsch und attraktiv sind. Oder eine große Klappe.